Ja, wer weiß. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo einen Amboss oder so. Burg Ehrenstein. Da wären wir. Ja, es ist eine Schmiede, aber kein Wetzstein oder so. Das ist doch nicht ein Ernst. Kannst du doch keinem erzählen. Jetzt sind wir in der Oberstadt. Also es wurde auf jeden Fall wild gekämpft. Das ist jetzt so ein Dark Souls Endgegner. Sieht mir so nach Arena aus, gell? Ich wünsche mir Glück. Und dann gehe ich drauf. Na, ich doch. Hallo, Schätzchen. Oh Gott. Der hat ein anderes Angriffsset, würde ich sagen. Please be careful. Kann ich dem damit mehr antun? Alter, was? Ich bin ausgewichen und der... Nein, doch nicht dahin! Was war denn das gerade? Okay, der holt sich immer wieder... ...sich immer wieder kleine Zwergos dazu. Aua. Okay. Der hat... ...keinen Bock auf sowas. Oh Gott, Alter. Nein. Okay. Also, it doesn't matter. Er greift einfach alles, an was geht. Okay. Okay, da bin ich gut ausgewichen gerade. Okay. Okay. Da bin ich gut ausgewichen gerade. Gut, dass ich diese... Wow. Das war... ...Glück und Unglück, würde ich sagen. ...Gönn dir einen Trunk, mein Freund. Gut, dass die recht flott wegsterben. Daneben. 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 Ich weiß nicht, was mehr Sinn macht. Okay, das macht gar keinen Sinn. Oh. Oh. Wir sind gleich dead. Oh. 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 also hälfte haben wir von dem muss ich erspringen nein 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 mobs der hat sich ein paar mobs geholt also immer in bewegung sein gegen den vorsichter jump das wäre gar nicht so dumm gewesen als allererstes nein was ist denn das schon wieder also die viecher die sind okay die sterben ja im grunde genommen weg das ist meine personal aura wenn eben die sterben weg ich habe gedacht dass die mir noch ein boss reinbauen da war ich zu lahm da wollte er noch mal woher ich den da aua aber das geht das hält sich noch in grenzen ich will gar nicht wissen wie viele spinnenbeinlinge ich dadurch bekomme alter was haben wir echt getroffen okay jetzt muss ich übel vorsichtig sein muss halt alles auf ihn drauf feiern jetzt instant halt und ich hoffe es reicht komm schon komm schon also ohne miss ich habe schon alles erlebt aber nicht das ich bin innerlich gerade in tausend stücke zerschmettert ich habe gedacht ich sterbe ich habe wirklich in dem ich habe alles an mir vorbei rasen sehen da unter ist noch so ein vieh oder so oh nein viele die sind aber auch hier gespawnt meine gut die sterben anhand meiner aura das ist gut ja unendlich viele hier wundert mich eigentlich also ich frage mich woher die kommen wenn müssen wir denn nach oben ein Beil hallo Beil aber i don't know wie kommt man am besten nach oben ja hier bekomme ich aber auch echt alter leben also achso die sterben halt nicht wie komme ich jetzt hoch hat gesagt stand dort oben ah ich hätte den ich hätte den Kollegen Schnürschuh noch nehmen sollen ich sehe es aber ich weiß nicht woher zu gehen Wenn wir uns hier hochkramen, wollen wir? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Alter, wäre ich hier verstorben, ne? Ah, im Moment. Könnte das hier sein? Irgendwas, was ich nicht brauche? Oha. Oha? Der Ring, der dann niet. Nehme mich denn damit. Wo man sagen muss, ich finde die beiden gut. Was? Ähm, irgendwas, was ich nicht brauche. Zerlegen. Löschen. Zerlegen. Naja, wir zerlegen den erstmal. Oh, ich hätte noch ein paar andere Zauber wahrscheinlich intus gehabt, die ich verwendet hätte können müssen. Ist das der Weg, den wir benötigen? I don't know. Summer. Oder geht das? Ah, hier geht's. Okay. Never mind. Hätte nicht so dumm sein sollen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinkommen. Dann ist es halt einfach dunkel, ne? Nee, da kommen wir nicht rein. Doch. Aber wir müssen hier lang. Ich hoffe, wir treffen einfach auf niemanden. Und gehen wir den da. Okay. Wir müssen die doch mal kaputt machen. Oh ja, gut. Da unten ist der Drache. There is the dragon. Okay, hier ist nix. Ich gucke mich gerade nur so ein bisschen um, um zu verstehen, wo ich bin. Dann wird er... Also der ist weg. Der ist weg. Und der ist weg. Ich vernichte die gerade mal, um zu gucken, ob wir hier irgendwo durch können. So gut, den kennen wir ja. Ach, da oben. Perfekt. Hier bekommen wir auch was. Wir bekommen ein Gebiet der Flander. Schön. Das war's. Wow. Ähm... Ah, hier geht's hoch. Ah, ist schon smart gemacht, dass man's nicht sofort sieht, ne? Tja, Burg Leuchtenstein. Also jetzt hatte ich ein bisschen Dark Souls Feeling, ne? Also ein bisschen war schon da. Äh... Nee, wir müssen da hoch. Oh, ein Föderhund. Oh, hier ist nix. Okay, ich geh mal da rüber. Mach mal den Lachs hier auf. Den Lachs nängen. Okay. Gärtenheilung. Ist das Ananas? Was ist hier oben? Ah. Gucken wir jetzt noch einen. Ich will da hoch. Aber ich weiß nicht, wie. Oh. Das wär jetzt... Das wär jetzt was, wenn ich gestorben wär. Das wär kind of dramatic. Okay. Okay. Den gönne ich mir. Segelsitzen. Wohin er auch geflohen ist. Gormander ist alleine. Oder bei einer anderen Kortisane. Die Stadt ist überrannt. Sie haben frühmorgens unsere Bauern niedergerissen und hüllen unsere Stadt nun in dicken, atemraubenden Nebel. Ähm... Dessen Farbe an Straußenfedern erinnern. Jetzt locke ich hier... Jetzt hocke ich hier zum ersten Mal seit Jahren wie ein kleines Mädchen. Mein Herz flattet wie ein aufgeregter Kanarienvogel in seinem Käfig. Ich hätte weglaufen. Mein Schiff besorgen sollen. Es ist vielleicht kapern können. Immerhin kann ich fechten und eine Karte lesen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich könnte immer noch mit blau des... Mit dem Blau des Meeres aufwachen und das Salz auf meiner Haut spüren. Mehr Jungfrauen sehen und... Laut an den Docks singen. Ich will in meinen Sturm enden, meiner Feuersbrunze und nicht in einem kleinen Turm. Lacht mich nicht aus. Ich fühle mich so klein. Das ist sehr interessant, der Helm. Der Helm sieht sehr interessant aus. Aber er ist nur gewöhnlich, leider. Kann ich löschen? Kann ich löschen? Ich lösche ein paar Sachen, die wir jetzt so nicht brauchen. Löschen, löschen, löschen. Damit wir ein bisschen noch ein paar Sachen aufsammeln können. Okay. Hier ist nichts. Gut. Hallo? Hallo? Gehen Sie da bitte hoch. Sonst kriege ich einen Kaschbau. Alter, hier ist alles voller dieses Myzels, ne? Okay. Okay. Also hier war ein schöner Weg hoch. Wir haben noch irgendwas gefunden. Das ist alles apropos. Ne. Ne. Da unten ist noch eine Ruhe. Aber das ist nicht das, was wir suchen. Wir suchen einen anderen Weg hoch. Es sei denn... Es sei denn... Es sei denn hier unten... Es sei denn hier unten... Nein. Nein. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Es sei denn hier unten auch...